so weiter geht's bei let's play viva 13 und zwar das nächste spiel gegen hoffenheim ein heimspiel ja jetzt habe ich leider weggedrückt naja ja wobei das geht eigentlich da kann ich losgehen heute ganz tauschen auf ob jetzt vorhin noch also vorhin treibt sich aufgenommen dann drei parts von 1 1 1 renn wochenende und dann wieder drei parts jetzt hat eigentlich drei vier kurz noch mal von Prozent Prozent ich bin richtig viel in der Woche Videos immer überlegt und bringe ich sieben die verprägt wird sieben die verprägt wird schmerkiert sein Videos da bringe ich doch am Wochenende drei Videos aber eins macht 18 er macht sie zu zählen mit einem Sieg ein der Lust an dieses Tiefen Prognose noch macht 18 plus noch wohl vielleicht mit der Gleitpart das sind die drei Parten und sich die Part generell oder Prozent links die Mitglieder der Welt der Treppe hat der Kommissar von 10 bis in der Woche der Sagen sitzt seit 10 Minuten das ist schon krass ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ob ich das durchhalte deswegen deswegen kommt auch der Titel wieder unregelmäßig denn ein was klaren Montag bis Donnerstag geht aber ich schaff's einfach nicht so nehmen beim Redefluss sie gehört 1 zu 0 Doris Petersen Obstauber Tor ja deswegen schafft ich das auch nicht wirklich bei 19 wie gestern hat mit ich nehme die ganzen um wochen der Saison auf jetzt ist es nicht mehr um Wochenende auf unter der Woche nichts unter der Woche ich sage mir entgegen dass es anders ist nichts was ich unter der Woche mal aufnehmen ist leichten Blacklight Party nämlich unter der Woche auch wenn er nicht schnell aber die Tatsache sonst ist die Stiftung zu verantworten sieben Stück davon das ist schon hoffentlich jetzt mit mein Kieftumische seit September nicht mehr aufgenommen seit zuletzt der Worm 14 September und genommen ganz schnell doch nicht einfach bis Oktober aufgenommen und dann was ist da muss jetzt allerdings dann auch der Aufnehmen die Hände heute leider fast keine Parts mehr Zerweck hat 17 momentan wird es sich zu uns mit Partnern mit die Partner und sich zu uns heute selbst nicht werden bis Porten mit 30 habe ich aufgenommen da muss ich zwar mal wieder aufnehmen ja weil ich wollte auch noch ein Stress nicht was ich jetzt auch schon habe von liebsten werden ja auch mal bin ich Neuropa und ein paar 30 vier Prozent die Kitsch Sonnenspekt 15 bis 20 Minuten ist schon verdammt das Spiel es gibt sich bei dem Ziel wird das sieben folgen es ist die Welt sieben Minuten folgen sowas Achtung sieben es ist halt verdammt Arbeit Ramos wieder absteuert man nicht ja ich bin zurück zu Fiefer 30 Minuten Schuss schon fast gespielt kommentiert zu Fiefer diese Beziehung ist Hoffenheim gegen Bremen das sieht gut aus wer hat es gedacht Ramos Schade Rudi Rudiii Ne Keine GV Fritz Nuzovic Muzovic Ramos Ramos gut sieht sie sind sie lassen sie dennoch ja der extremer zum ersten Mal gegen Drieben Bremen aber Bremen führt Petersen gut gespielt Ramos Ramos einfach mal durchspazieren Ramos Boah Wiese so schlecht ist Wiese auch nicht Wust Wust Weiß Salihovic Weiß Gerdiok Wieder Weiß Rudi Einfach mal raus einfach mal raus Und dann ist Hauptzeit Führt 1 zu 0 Durch Nitz Petersen glaube ich in der 10. Ja genau Wünschen Wünschen Sie Ja Was sie sich in der Klasse schenkt absteuert Körpersprache Ja Schicksal der Verschließt der zweiten Hälfte weiß Ramos Peter sind Peter sind Elia Elia den kriegt er nicht mehr Rudi Salihowitsch Bremen Probleme Nils und Foul Elfmeter 3 FW im 3. Spiel gegen Bremen und Gelb Miletsch gegen Salihowitsch der Elfmeter Killer Profis sind voll einfach verliebt die siebte sie die Kiste übernacht aber kommt nicht an ja weil entweder in ja das ist nicht ich habe mir irgendein Gefühl hat man das von drin Ramos lohnt sich doch langsam der Einkauf von Adrien Ramos von Hertha BSC bisschen Glück gehört dazu bei Wien die Verteidiger alleine Last und Wiese natürlich schon ohne Chance uns ja da haben wir guten halbischen Bestellungszeiter für den SZW dann wollen doch einig was gut in dieser Saison gestandet bei Polis wieder Winterpause ich hab's müsste die 13 Prozent bis zu spüten sein Salihowitsch könnte jetzt mal auf der J ja macht er auch es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten Salihowitsch nee Salihowitsch es wird doch noch gefährlich und ich glaube wir wechseln auch aus schmutz für Sokrates ja ich so kann eine 1-1 Positionswechsel aber ja es gibt einen Durf naja und hier die wechseln äh die Terminio kommt für Salihowitsch so jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren Ramos gute 20 Minuten noch Remi muss nichts mehr tun aber hoffen muss was tun aber sie wollen glaube ich gar nicht im Pokal müssten wir gleich auch gegen Hoffenheim habe ich schon gesehen das Aufbauspiel des Gegners dem Freistoß gegen Werder muss er geben aufspiel Williams kommt für Weiß 3 13 14 noch und vielleicht so sagte sich der Coach naja das war mal gar nichts das war gar nichts das war gar nichts Wetzlar auf Jusowitsch 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 eine gewandte Nummer aus dieser Kfernung das macht ihr sicher und souverän Tum mal auswechseln ja wechseln wir mal aus Mielitz würde mal an Hand wieder rein tun für die Lia weil der schon richtig erschöpft ist wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird steht wohl ein Wechsel bei den Gästen jetzt Petersen Petersen nehmen wir bestellen der Torhüter versucht seine Mannen zu motivieren wo der Zeit ganz eindeutig an nach vorn das ist die einzige Möglichkeit das ist die einzige Möglichkeit die Röhrs Ja heute die espert der Technik komischerweise irgendwie was ich nicht verkleinert er stand er genau da wo er zu stehen wenn irgendetwas haben sich jetzt zu Ende für meine Fiklermeldung die Bräune kommen auch in den Bräumen die Bräune die Bräune hat jetzt mal geträchtigt der Verzweißspiel das ganze Spiel er jetzt kommen die Leer raus und handt ja 3 0 gegen Hoffenheim ja das sieht langsam düster aus für die Mannschaft die zurückliegt das ist doch schön 3 0 das kann man doch gelten lassen so zerstört man das Angespiel des Gegners und der Gretz stellt der Gegner hin nein, nein, nein nochmal ne Chance weil ich mal ne Erntriffe ja, dann ist es alles Bremen gewinnt 3 0 gegen Hoffenheim da muss der Verlierer eine lange Fehler analysieren Mils Pedersen ja, und dann schauen wir mal auf die Tabelle das geht jetzt doch bestimmt gut aus wir sind auf Platz 5 mhm das lässt sich doch sehen ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal euer Killer Part